Hi, mein Name ist Peter und ich spiele am 19.05. bei den Elektrofarmern im Skyclub 106 mit Boris Ochs und Timo Hühner. Seid dabei, wenn die Jungs zum Tanz aufrufen. 2009 habe ich schon mal bei denen gespielt. Vertraut mir, die machen verdammt gute Partys. Es war eine schöne Open-Air-Party am Strand. Diesmal denke ich mir, es wird genauso gut. Immer noch eine ordentliche Anlage. Also, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.